Geht es um das Überblenden von Shadern, können sowohl Alpha- als auch Vertex-Map-Anteile nützlich sein. Dieser Film vermittelt einen Eindruck der Möglichkeiten beim Mischen verschiedener Materialeigenschaften. In dem Moment, wo Sie anfangen, etwas komplexere Materialien zu bauen, werden Sie sicherlich auch dann und wann mal in die Gelegenheit geraten, dass Sie verschiedene Materialeigenschaften auf einer Oberfläche mischen. Dazu gibt es prinzipiell zwei verschiedene Möglichkeiten. Ich rufe hier einfach mal ein Würfelgrundobjekt ab, gestalte das ein bisschen gefälliger mit einer kleinen Abrundung und Sie kennen ja bereits die Möglichkeit, Materialien einfach per Drag-and-Drop hier auf den Begriff zuzuweisen. Ich entferne jetzt hier mal die aus dem vorangegangenen Film noch integrierten Shader, sodass wir praktisch es nur noch mit einem Basismaterial zu tun haben, was aus einer Farbe besteht, die wir jetzt hier vielleicht noch ein bisschen verändern können und einer Glanzeigenschaft. Das wären so die Grundeinstellungen, die jedes Material mitbringt. Man kann sich dann immer noch überlegen, ob man das Schattierungsmodell anpasst, hier in den Illuminationseinstellungen, ob man also eher auf eine raue Anmutung oder eher auf ein glänzend poliertes Objekt zurückgreifen möchte. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht weiter stören, denn es gilt natürlich dann zu definieren, wenn man Materialien mischen möchte, an welchen Stellen dies geschehen soll. Da bietet sich zum einen an der Alpha-Kanal, da ist jetzt auch noch ein bisschen Restmüll von älteren Besprechungen drin. Wenn wir hier also zum Beispiel, nehmen wir ruhig mal den Farbverlauf und verwirbeln diesen etwas über Turbulenz, dann werden in dem Fall ja jetzt hier die Helligkeitswerte ausgewertet, also hier mal auf eine Ebene zurückschaltet, sehen Sie, dass die hellen Bereiche im Alpha-Kanal stehen bleiben und entsprechend der Abdunklung dann ausgeblendet werden. Das wäre eine Möglichkeit, zu sagen, diese Teile verschwinden einfach, sodass sie Platz machen für eine andere Eigenschaft. Das lässt sich dann realisieren, wenn man mehrere Materialien übereinander stapelt, denn dieses Tax- oder sich aufeinander stapeln. In dem Moment, wo wir jetzt ein neues Material hier auswählen, lassen wir es ruhig mal standardmäßig weiß. Um dieses auch wieder zuweisen, wird es standardmäßig rechts einsortiert. Rechts bedeutet in der Hierarchie höher, also oben auf, wie eine zusätzliche Lackschicht. Das bedeutet in unserem Fall aber auch, dass das zweite Material das erste jetzt komplett verdeckt. Deswegen sehen wir davon hier im Editor nichts mehr. Mit Hilfe von Drag & Drop kann das Ganze aber auch umsortiert werden, sodass, wenn wir das jetzt mal deselektieren durch einen Klick daneben, wir praktisch hier durch die OpenGL-Vorschau hindurch sehen können, von diesem einen turbulenten Material runter auf das weiße Material. Das heißt, wenn wir das jetzt mal hier mit einem Klick auf diese erste Filmklappe berechnen lassen, sehen wir jetzt einen Übergang entsprechend der Alpha-Formung zwischen dem ersten und zweiten Material. Das lässt sich natürlich beliebig weiter fortführen, um jetzt verschiedene Ebenen innerhalb des Materialaufbaus zu generieren. Wichtig ist nur, die Nutzung des Alpha-Kanals und nicht des Transparenzkanals. Denn Transparenzen betreffen immer das gesamte Objekt, würden sich also durchvererben auf tiefer liegende Materialien. Das heißt, das würde dann auch an der Stelle Glasmaterial bleiben, auch wenn ein anderes Material noch darunter liegt. Eine andere Möglichkeit, verschiedene Eigenschaften zu mischen, direkt auf der Oberfläche, abseits der Bodypaint-Funktionalität, bietet der Vertex Map Shader. Dieser findet sich ebenfalls in der Effekte-Rubrik und den schauen wir uns jetzt kurz einmal an. Dafür sollten wir den Würfel jedoch konvertieren und ich gebe Ihnen vorher ein paar mehr Segmente, damit wir mehr Punkte haben. Dann dieser Vertex Map Shader, wie das Wort Vertex schon sagt, benötigt Punkte, die mit verschiedenen Wichtungen versehen werden. Wir kennen das Prinzip hier schon aus der Beschränkung von Deformationen. Wenn wir das Live-Selektionswerkzeug einmal auswählen und hier den Modus auf Punkte-Wichtung, also auf Vertex Map schalten und hier in der Einstellung setzen bleiben, dann können wir jetzt einen bestimmten Bereich hier anmalen, dort wo wir zum Beispiel ein Material sehen möchten. Das hat natürlich den großen Vorteil, dass wir jetzt sehr exakt arbeiten können und nicht auf irgendwelche turbulenten Strukturen angewiesen sind. Wir können also direkt dort auf die Punkte malen, wo wir ein bestimmtes Material sehen möchten. Es entsteht ein Vertex Map Tag, das jetzt zum Beispiel über Pinselfunktionalitäten, wenn wir hier auf das Weichzeichnen gehen, auch noch beliebig geglättet werden kann, dass ein Übergang entsteht zu benachbarten Wichtungen. Aber das, denke ich mal, können Sie sich auch so ganz gut vorstellen, wie das funktioniert. Je nachdem, wie weich der Übergang zwischen den Materialien sein soll. Das Interessante ist jetzt, dass wir, nehmen wir ruhig mal dieses rötliche Material wieder als Ausgangsbasis. Hier jetzt auch wieder sagen können, im Alpha-Kanal durchaus auch zu verwenden, können wir sagen, als Effekt hätten wir gern die Vertex Map geladen. Und in diesen Shader hinein ziehen wir einfach nur dieses Vertex Map Tag einfach durch Drag & Drop aus dem Objekt Manager. Das lässt sich hier dann auch noch invertieren, je nachdem, wie man es angelegt hat. Und wenn wir das jetzt mal berechnen lassen, dann sehen Sie, dass das nur auf diesen Flächen hier sichtbar ist, das obere Material. Entsprechend natürlich der Wichtung, also da, wo die Wichtung zu 100% vorhanden ist, sieht man mehr davon und diese geglätteten Bereiche dazwischen, die lassen entsprechend mehr durchblicken. Zweite Möglichkeit ist, das innerhalb des Materials zu verwenden zum Beispiel in einer Ebene, sodass Sie das also multiplizieren mit einer bestimmten Farbe zum Beispiel über einen Ebenen-Shader und dann im Material selber Mischung erstellen. Also es muss nicht immer über den Alpha-Kanal laufen. Oder Sie können auch mit Polygon-Selektionen arbeiten. Das heißt, wenn wir jetzt hier mal wieder die Live-Selektion im normalen Modus benutzen, etwas hier auf die Oberfläche malen und diese Selektion dann einfrieren, also ein Polygon-Selektion-Tag erzeugen. Sie sehen das hier. Dann lässt sich dieses, wenn man das Material hier mal anklickt, zuweisen in ein Selektionsfeld, auch wieder per Drag & Drop. Das bedeutet in diesem Fall, dass das Material nur noch auf dieser Polygon-Selektion erscheint. Schauen wir uns noch mal kurz das Material an. Der Alpha-Anteil sollte jetzt natürlich hier verschwinden, damit es da nicht noch zu einer Überlagung kommt. Und wenn wir das berechnen, Sie sehen, natürlich hart abgegrenzt durch die Umrisse der Polygone, dass wir jetzt hier steuern können, ganz exakt, wo möchten wir das Material sehen und wo nicht. Das bietet sich natürlich immer dann an, wenn wir zum Beispiel eine Wand von der Decke abgrenzen wollen, von der Materialität her, dann würde man hier den Deckenbereich komplett selektieren und da ist ja dann so ein harter Sprung an dem Radius zur Wand durchaus erwünscht und bräuchte dann nicht mit separaten Objekten zu arbeiten, sondern kann die Materialien beliebig auf einem Objekt verschieden anwenden.